Silber. Achso. Naja, Silber ist immer noch besser als ich. Ich bin sehr schlecht in StarCraft. Ich glaube Bronze-Spieler wären momentan besser als ich. Was für eine Rasse spielst du denn in StarCraft? Bedenke, es gibt nur eine richtige Antwort auf diese Frage. Hä? Was? Ah, wir haben es geschafft. Oh, okay. Okay, ja. Warum habe ich diesen Weg nicht gesehen? Ich habe keine Ahnung. Warum war ich so blind? So, vielleicht schaffen wir es ja jetzt. Zerg only. Nein, kein Toss. Toss Barker. Dass es bei dir im Hintergrund flackert und fragt, was das ist, weil es so aussieht, als würde es brennen. Tatsächlich! Fieber macht Schaden. Nice. Wow. Okay. Janik mag Sörg. Andi mag Sörg. Das Paul Sörg mag. Weiß ich. Aber Andi, seit wann spielst du StarCraft? What the fuck? Das ist mir neu. Der, der das Herz der Göttin ehrt, soll inmitten von allem stehen. Wie ein Schwan, auf einem Teich von Wellen gesäumt. Warum magt ihr alle Sörg? Moment, wie war das? Ähm. Wie ging das nochmal? Ich muss überlegen. War das nicht mit ihr was? Gebet kann ich ja so nicht einsetzen. Oder doch? Go! Go! Fuck! Ähm. Nein. Wie ging das hier noch gleich? Ah, äh, äh, okay. Ich möchte erwähnen, dass Paul ein ehemaliger Platin-Sörg-Spieler ist. Wenn ihr was, ähm, wenn ihr was lernen wollt über StarCraft und Sörg, dann geht ihr am besten zu Paul. So, genau hier ging das. So, genau. Hier ging das. Was ist echt? What the fuck, Andi? Ah ja, genau. Damit konnte ich übers Wasser gehen. Yeah, genau. Ich erinnere mich. GG. Äh, ja. Und dann kam ein Monster. Hey, Garrett ist nicht mehr unnützlich. Wuuuuh. Zerg sind die Cutesten. Ach, wirklich. Zergrush-Sixpool. FTV. Sixpool ist nur was für... Ist langweilig. Wer macht denn schon einen Sixpool? Das ist doch dämlich. Na ja, so hoch ist Platin jetzt leider auch nicht. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Platin höher ist als jeder von uns. Ich mein, ich bin nicht mal Bronze, aber okay, ich hab noch nie Ranked gespielt. Wo war das? Hier? Ach nein, jetzt bin ich wieder hier. Moment. Also. Äh, ja. Ich verstehe. Wen haben wir noch? Jupiter. Okay. Äh, den da. Jupiter. Rudel. Jaja. Ich hab keine... Ich hab keine einzigen Fotos, Freunde. Aber okay. Dann können wir uns wenigstens alle gemeinsam darauf einigen, dass Tirana scheiße sind. Immer diese Dropship-Scheiße. Herb derb. Ich komm jetzt mit zwei Medivacs und lasse 18.000 Marines in deiner Basis. Lol, lol, lol. Herb derb. Get fucked, bitch. Genau, weil so funktioniert das. So spielen Tirana. How to win with Terrans. Man baut sich eine Gazillion Marines, eine halbe Gazillion Marauder, im Hintergrund noch ein, äh, anderthalb gazillion Medivacs angreifen. GG. So gewinnt man mit Tirano. Ach ja, einfach hinlaufen, was? Wisst ihr was Interessantes? Psi-Rüstung an Garrett. Items. Wollen wir die nicht lieber wem anders geben? Äh, ups. Erhöht die Verteidigung um... Aha. Nicht anlegbar. Nicht anlegbar. Fuck! Ähm, 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 ja okay, dann geben wir sie doch, Garrett. You need more pylons. For TOS-Friends. You must construct additional pylons. War das... Hier konnte ich nicht. Und hier geht's wieder zurück, okay. Kiesel. Fieber. Böe. Tundra. GG. Hm, GG. Aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass Tirano scheiße sind. Wow, wo kommt der her? Ach ja, einfach angreifen, dann wird das schon. Was war das? Hey, Garrett hat jetzt mehr PP als Xone. Interessant. Eins, zwei, drei. Ah, Moment, jetzt konnte ich hier hinten rumspringen, nicht? Ähm, wie ging das hier nochmal? Hier gab's jetzt mehrere Wege. Ähm. Will ich jetzt nicht... Eins, zwei... Nein, das geht nicht, scheiße. Okay, da rüber kann ich, das sehe ich selber. Aber hier... Nicht. Okay, ähm... Moment, hier lang ging's gar nicht, scheiße. Eins, zwei, drei, rüber. Eins, zwei, drei, hoch. Das ist scheiße. Zwei... Vier muss ich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und jetzt... Eins, zwei, drei, so. Eins, zwei, drei, so. Ach ja, ich erinnere mich. Easy. Zwei, drei, rüber. Und den brauchen wir nicht. So. Ach ja, eins, zwei, hoch. Bitte lasst was Vernünftiges drin sein. Schlafbombe. Pfff. Ach nein, jetzt muss ich das noch... Okay. Eins, zwei, drei, runter. Eins, zwei, drei. Bam, bam, bam. Mann, ist das hier gerade spannend. Da geht einem ja richtig die Düse vor Spannung. Wo ist eigentlich mein Lukas? Lukas, lebst du noch? Bist du noch existent? Oh, ich sprudel gerade. Ja, warum nicht? Wo ist mein Lukas? Ich wette, ihr chillt's alle hier im Hangout rum, oder? Ja, wo ist Paul? Ja. Ah, Paul ist ja da. Richtig. Paul ist immer da. Yay, jetzt sind wir hier. Oh, hier war das, glaube ich nicht. Irgendwo hier gab... War das hier? Nein. Ähm, okay. Kurz... Da kann ich nicht weiter. Okay, da muss ich hier lang. Der richtige Weg es ist, glaube ich. Denke ich zumindest. Ja, klar, der Laden ist voll. Nur du fehlst. Das bezweifle ich. Ich wette, es sind jetzt zwei Leute im Chat. Die nicht im Hangout sind. Wenn nicht sogar drei. Oder vier. Und mal, der kommt jetzt da, und der rüber, und dann ist es easy. Hm. Du kannst den Hangout mitten in deinen Stream holen. Könnte ich, tu ich aber nicht. Ich bin... Ich bin nett im Hangout mehr. Okay. Ach so, ja. Da musste man... Genau. Die da rauwerfen. Ähm... Das war interessant. Wozu braucht's den da? Ähm... Warte, ich glaube, ich erinnere mich. Ich konnte doch den hier schieben, nicht? Hä? Jetzt kommt... Da was da raus. Und jetzt schieben wir... ...den hier runter. Und den dann wieder eins zurück. Glaub ich. Oder? Nein, das war der Falsche. Äh... Äh... Warte, ich brauche... Ähm... Ah, okay. Mist. Äh... Falsch. Dreck. Kacke. Mist. Warum denn nicht? Weil ich keinen Bock hab, dass... Während ich hier zocke, mir... ...sieben Leute im Hintergrund irgendwas... ...ins Ohr labern. Was mich gerade nicht so sonderlich interessiert. So, jetzt. Ich hätte mir zuerst anschauen sollen, welche Pipeline wohin geht. Und der ist dann verschieben. Ähm... So, jetzt funktioniert's. Äh... Aber ich glaube, wir haben heute einen neuen Zuschauer-Rekord hinbekommen. Dann halt nicht. Puh. Genau. Dann halt nicht. Puh. Wenn ich nicht streamen gern. Jederzeit. Da sind Treppen näher dran. Naja, egal. Äh, genau, Paul. Ich geb dir absolut recht. Okay, da oben war ein... ...Tor. Wo ging's hier nochmal lang? Äh, ups. Ja, mit neun. Okay. Ich glaub, der letzte Rekord war... ...8. Wir sind also nicht so viel weiter, okay. Nein, mit 10. Aha. Okay, ich verstehe. Die Kiste holen. Und außerdem haben wir... Da steht bei mir gerade neun und nicht zehn, okay. Moment mal. Konnte man das hier nicht noch weiter nach hinten schieben? Oh, ich glaube, hier war's, oder? Irgendwo hier... ...Gegner, yay! Mann, da freu ich mich aber! Wuhu! Äh, ups. Okay, jetzt sind's wieder neun. Irgendwie bugt das ein bisschen. Jens fehlt noch, glaub ich. Oh, der ist jetzt auch noch da? What the fuck? Das ist ja wirklich hier ein halbes Familientreffen. Äh. Dieser... Dieser Mom... Dieser Moment, wenn tatsächlich einfach mal alle da sind. Es fehlt noch Jens und Clone Wars. Und dann haben wir, glaub ich, die versammelte Mannschaft hier. Nein, Janik! Du darfst jetzt nicht schlafen gehen. Ach, der greift mich an. Ah, ähm, okay. So, hier ist der zweite Merkutschen. Wie ich es, äh, mir... ...dachte. Ähm. Ähm, ja, ich weiß. Für dich ist das Familientreffen nicht so, äh, Dings. Ich kann dich gern in unsere, in unsere Familien Skype-Dings einladen. Aber langsam wird's dann wirklich voll dort, oder? Ich glaube, fast jeder hier, außer... ...zwei oder drei Leuten. Yo. Oh. Ja. Das war fast gut. Das war fast der richtige Knopf. Okay, jetzt muss ich überlegen. Äh, Ramses... ...er kann... ...er macht Schieper... ...er das... ...sie... ...äh, kann heilen. So wie immer. Nein, danke. Ja, genau deswegen. Weil ich hab mir schon gedacht, dass du keinen Bock drauf hast, da drin zu sein. Darum hab ich dich nicht eingeladen. In weiser Voraussicht. Ähm. Jetzt hier so... ...und so... ...und... ...moment. Ja, so. Bist du überhaupt in der Regular List? Yay, das war einfach. Ja, das war einfach. Ja, das war einfach. Ja, das war einfach. Ja, das war einfach. Vielen Dank.